Ich lauf durch den Busch, ich lauf nochmal durch den Busch und da drin sitzt ein Bär und der frisst mich auf. Und dann bin ich wieder tot, kann wieder alles bauen. Geht es hier nicht in der Nähe zum Anker? Zum Hafen. Ja, bei mir ist da ein Anker-Symbol. Nee, wir sind in der Nähe von der Wüste. Kam mir sofort. die wüste die wüste ich glaube ich werde jetzt nass dass man hier keine bananen pflücken kann oder kokosnüsse oder flaumen ananas kirschen weintrauben euch wird gern mal wieder ich muss mir mal wieder ein traum kochen eigentlich ist er jetzt wieder geht es jetzt war es denn sowas du hast vier essen ja es ist aber allgemein bekannt dass die leute sich nicht so wirklich gesund ernähren können weil das geld dafür nicht reicht wundern sich dass sie denn da so viele dicke und fette und ungesund ernährte haben die wenig vitamine und so aber das kostet ja alles viel geld obst ist teuer packen wo es kostet nicht so viel und käse ja aber naja es ist gut und günstig spring doch auf den stein ja habe ich eben auch gehabt gedacht so jetzt beginne ich erst mal oben und jetzt gucken wir erst mal ich bin schon zu weit oben ich stehe passend setz mich auf meinen stein da kriegt mich keiner klein ich bin die königin der welt aber lass dich erst gucken ne nicht gleich wieder loot finger nein blutfinger nein ich gucke immer gleich und ich lute nicht gleich ich lass dich vorher auch mal gucken die thompson und ne die mp5 konnte ich gerade so da habe ich nur noch den schatten gesehen natürlich dann war die weg natürlich ja mp5 liebhaber da gibt es kein kein wer vorsichtig was du sagst guck mal ey die schöne munition muss ja ich bezahlen nein nein ich schufte hier ja also ich auch ich habe hier zwei stunden ne zwei zweimal zwei stunden oder so allein geschuftet ja trotzdem ich habe meinen anteil natürlich oh oh ein sniper ist das so eine ja die bauen wir uns um ja schenke ich dir danke brauchst du die munition gönn dir ne ich brauche die ich habe andere die ist für äh für die reptiergewehr die bauen wir uns um ne da bauen wir uns einen sniper rauf die lassen wir dann aber zu hause erstmal ne ich glaube nach ganz oben ja da machen wir uns noch ne kleine truhe hin da packen wir das zeug dafür rein klein okay bist du schon wieder nach haus gelaufen ne also man sieht sich hier nicht auf der karte du stehst ein bisschen höher dann bist du weg ich hätte gern liebe entwickler ich hätte gern den namen oben drauf wenn man weiter weg ist wie bei forest das würde ich geil finden so dann gehen wir zurück laden das zeug schnell ab und dann in die höhle äh zum bahnhof ich will da unbedingt nehmen wir müssen die radtabletten noch mitnehmen ne ich nehme den stein bär bär okay lass den stein bär gemein bär 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 du warst doch noch hier aha da da hinten da oben siehst du ihn wie beim wasser tanzbär das war ein tanzbär der arme hier sind zwei schweine ich hätte mal die andere ausprobieren sollen ne ah ist egal der konnte sich noch nicht mal wehren ne wir haben ihn die ganze zeit nur in den arsch geschossen guck mal der wackelt noch der wackelt noch aber er hat fliegen drumrum fliegen drumrum heißt tot ja guck dir mal diese krallen diese tatzen guck dir mal diese tatzen an cool ja ne warte mal ich mach mal ah ich muss die andere nehmen ich mach mal licht äh 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 der ist ja total verdreht mach ihn weg oh der kopf hat das war der war besessen das war das war ein besessener bär der hat den kopf gedreht um 360 grad cool ja das ist eine gute idee wir gehen ja wir gehen ja sowieso noch nach haus warum kommt da ordentlich was nö oh ich hab die falsche waffe ding da kommen nur fünf warum hast du denn das mitgenommen soll ich nicht holz hacken na tschau zu not können wir das ja verwerten vielleicht gibt das noch gutes metall wieder kann man die hier auch hacken die geben auch kein holz probieren geht über studieren was denn ich hack auch richtig oh das macht musik oh ja wir schaffen das wieder nicht in die ich glaube ich gehe dann nach diesem baum nach haus jetzt ist gut sonst wird das ja nie was wir haben versprochen dass wir zu den verstrahlten gehen hier ich habe immer 265 holz gehackt oh ich kann nicht gucken ich habe eben äh nein 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 kannst du im laufen tab drücken ja oh oh Kiste muss ich reingucken tanf ich bin einerin vorbei gelaufen verkehrsschilder nö nö ah du hast sie genommen klar da kann man Rüstung rausbauen hey und hier ist noch zweimal holz oh was ich habe das fast mit dem schwert auf Anhieb zerklopft ach dafür ist das gut da ist unser haus das sieht man schon von weiten das hier eine plane nehme ich mit ja wir sind ja ich nehme nur Pfeile mit ne Bogen brauchen wir nicht ne wofür brauchen wir Pfeile weiß nicht achso dafür komm Klinge Klinge wird gebraucht gut bei den Bahnschienen ja ja du bist falsch gelaufen wir wollten auch erst noch zu Hause uns leer machen ich weiß aber du hast es schon erwähnt ich bin falsch gelaufen ah guck mal hier ich habe Wasserflasche die kann den Apfel kann ich essen oh ja ich bin aber voll nimm du mal genau das waren Samen die habe ich weggeworfen das Haus leuchtet so schön das gut haben wir gut gebaut ne von der Höhe her bin ich zufrieden oh mein Rücken oh knacki knacki ich habe es gesehen machst du hier Excalibur ja hier ist noch Holz mein Schwert ist durch den Boden geflutscht ja ist ja nicht so schlimm wir haben oben noch welche hier ist ach ne man muss es ja rausnehmen damit es neues Loot gibt ne aber die Pfeile hätte ich aber naja ist auch egal du hast recht du hast hier oben ein Licht angelassen was für eine Verschuldung kannst du mal bitte herkommen was bist du denn ich stelle mich daneben hin ich bin draußen hinten ein geiles Kübelchen Pistolenpatrone was ist denn das hier ne äh ich war noch gar nicht zu Hause ähm bisschen den Hang runter gucken Richtung Wassergefäß ja hier guck mal was da liegt ein Schuss ich geh dann aber ins Haus jetzt ne ich mach mich leer ich brauch jetzt hier nicht daneben oh hier ist wieder ne Kiste Verkehrsschilder ich hab keinen Platz ich hab sie rausgeschmissen du hast die Tür aufgelassen natürlich wenn du das machst mach ich das auch ja hier kommt erstmal die Waffe rein und die Munition dazu so äh das ist Rüstung wo haben wir das denn gelassen hier hier ich mach das jetzt erstmal das sortieren wir sowieso noch um wir haben das sind schnelle Pfeile und langsame Pfeile na gut wir haben Probleme mit dem Platz langsam geht noch ach die Kiste ist ja schon leer ach die ist noch leer wo haben wir denn die Notebooks ich pack das ich 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 scheiße ich pack das Notebook hier rein weil das nachher hier ja auch sowieso reinkommen soll also nicht wundern ne du wunderst dich über gar nichts mehr ne nö so da unten war Steine Holz so die Erze kann ich noch runter tun bisschen hab ich auch Metallklinge und Pfeile Kerstin und bring ich noch oben Fleisch hin weil Oldman brät ja nie alles durch um zu produzieren das war gestern schon so spät und ich muss geschlafen arbeiten ja ich hab deine halbe Arbeit weiter halb gemacht weiter gemacht das war halbe Arbeit hamsam haben wir doch draußen ne Truhe da kannst du das doch hin tun nö sehe ich nicht an oh faule Socke wir haben auch nicht mehr viel mein deutsches Recht faul zu sein schäm dich wir sind fleißig und strebsam ist es eigentlich dunkel nö ah hier ist gutes Metall dran das nehm ich mal mit raus das kann ich mit hochnehmen und das Eisen kommt immer draußen hin beim großen Bräter ne warte da tu ich ich hab nicht viel aber ein bisschen so ach deswegen die hat die hatte normale Pistolenkugeln drin aha das macht nix die behalte ich jetzt bringe ich das Zeug noch hoch und dann bin ich leer sehr schön dann esse ich noch einen kleinen Happen und dann können wir uns auf den Weg machen sehr schön ne hier kommt das erinnert mal zwei Lagerfeuer oben den ganzen das ganze Haus beleuchten ja ne ist auch irgendwie ein bisschen backsig aber naja so das sieht doch alles gut aus ich esse jetzt oben aber was ich nehme jetzt hier nicht von meinen Vorräten ich hänge fest ich komme hier nicht durch jetzt komme ich durch wenn du daneben wenn du im Weg stießt komme ich durch geil ich esse einen Kürbis äh ähm soll das hier so sein guck mal hier hä hä wo ist die Mauer hin die ist aber noch da du kannst nicht durch und hier dachte ich hier stellen stellen wir uns hier in der Ecke noch Thun hin und dann machen wir hier Zeug rein das müsste gehen wenn wir hier vorne zwei große Truhen hinstellen da kommen dann die ganzen Klamotten hin dann ist das unten leer das machen wir aber jetzt nicht jetzt wollen wir endlich los komm das Abenteuer ruft ich stelle das Radar richtig ein die Richtung hast du die Tür zugemacht sehr schön ja was frage ich das muss so die Radpil ich glaube die brauchen wir ne nö oder ja ich hab die aufgeteilt hat jeder vier Stück in seiner Kiste ja mehr haben wir ja leider noch nicht gefunden ich hoffe dass wir da noch was finden ach so du standst mir wieder im Weg gar nicht ich hab dich typisch Frau ach so du standst mir wieder im Weg typisch Mann ja auch so wenn du dich vordrängst dräng ich mich erst recht vor typisch Mann ja du warst doch hinter mir ne war ich eben nicht ok hab ich wieder zugemacht gar nicht ich hab auch gedrückt ja 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 ich hab einen Beweis Frau kann ich auch sowas sagen und ist Elli jetzt beschäftigt ja ey bist du verrückt wenn du mich triffst dann freu ich mich ach du bist ein Arsch das auch du hast einen Arsch ich hab dich verloren warte ey ich komm nicht auf den Stein drauf ich backe fest ich stell mich auf den Stein warte du müsstest mich aber eigentlich gleich sehen bist hier unmittelbar in meiner Nähe ich kann hier einfach mal nach oben ne du bist doch hier ich seh dich doch schon da da hab ich eben drauf gestanden und Licht gemacht hast du das nicht gesehen nein da stand bei mir keine siehst du mich das wäre ich beim Spiel ignorierst du mich achso man darf sich ja nicht bespielen da steht der Alpha oh das wäre ja wieder ins Auge gegangen wa Gott sei Dank hat er festgebackt so viel Tierfett ja brauchen wir wir müssen ja wenn wir das fertig haben bauen wir mal so ein Öl Dingen wa wo man das Öl drin verarbeiten kann gut oder ja wo stehst du ich hab nur geguckt was ich da machen kann achso wenn ich länger gedrückt halte wir müssten eigentlich drauf zulaufen ach hier quer durch hier 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 ups na ich seh schon was Holz Holz nee kein Holz Scheiße Kiste Blech naja soll ich das Blech ach ich kann es ja nachher immer noch wegtun wenn es Platz wegnimmt ne ah das Blech können wir gut recyceln ja dann müssen wir bloß zu diesem Recycler gehen den man leider nicht bauen kann oder wir cheaten so hier ist radioaktiv fass auf ja wir haben ja die entsprechende Ausrüstung Hand erst lieber noch mal vor was ja ich bin bin oh jetzt kommt zum Beispiel kein radioaktiv Zeichen durch den Anzug schön gucken alles hier kommen wir ich glaube wir brauchen Dynamit das haben wir nicht mit soll ich holen wir gucken ja du kannst gerne aber ja du kannst dich ja wieder hin teleportieren tschüss dann lauf mal schnell hin ich guck ganz vorsichtig ne ich mach nix mach nix kaputt ich schau mich nur um hier ist ein Fass das mach ich aber auf Fass ist nicht schlimm ne hier ist auch nur ein Seil drin das lass ich hier du hast Metallärzte übersehen ich bin enttäuscht ja ich war gierig ich hoffe ich sterbe nicht hier ist ne Hütte hier ist ein Recycler drin ok und hier war ne Kiste mit ner Spritze die nehm ich schon mal mit ja dreimal hochwertiges Metall und Metallfragmente wo bin ich jetzt hier rausgekommen ok ich bin irgendwo falsch oh du bist falsch dreh dich mal um jetzt läufst du halt noch weiter nach links noch ein bisschen nach links so jetzt ne das ist naja lauf mal in die Richtung weiter geradeaus wenn es geht dann müsstest du ja du läufst schon wieder nach rechts ich lauf immer noch links ja nach dem nach der Karte nicht nach der Karte bist du jetzt beim Höhleneingang da irgendwo halt nicht 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 das war schon gut jetzt ist es verkehrt so lauf jetzt einfach weiter lauf 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 ey lauf bist doch in der Richtung bist du alle von links ne jetzt läufst du von bei mir aufs Haus drauf zu das ist komisch doch doch du läufst du bewegst dich jetzt nicht mehr in Richtung du gehst jetzt um was rum ne richtig ja nennt sich Stein genau und wenn du da jetzt links rum gehst um den Stein dann kommst du direkt aufs Haus zu und wenn du da jetzt